So, was ist denn hier eigentlich? Ist hier der nächste Flamelarker? Den würde ich gar nicht fühlen gerade. Ich will sowieso Zwie mein Anderen. So. Nein, 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 nein. Ich will das Funkelchen. Egal, was da alles kommt. Lass mich durch, da kommt nämlich der Wagen. Der Wagen ist gefährlich. Nicht? Oh, du hältst was aus diesmal. Das weiß ich nämlich noch. Da bin ich so oft gestorben, weil ich es immer wieder vergessen habe. Diese Wägen. Scheiß Digga explodieren nämlich. Ja, ja, Entschuldigung. Habe ich das mit einem HP überlebt. Oh, hi. Warum sind wir denn jetzt tankiger als vorher? So, links oder rechts? Da kommt noch so ein Wagen. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht. Deswegen. Wir sind Human. Oh mein Gott. Ich hab da auf die HP geguckt und so. Oh, warte mal. Ah, 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 ah. Da darfst du mich immer dran erinnern. Wenn ich Human in so eine Welt gehe. Äh, wenn man einen Boss besiegt, wird man ja wieder Human. Ähm. Wie gesagt, ich möchte nicht, ähm, in Human-Form in einer der Welten sterben. Wie gesagt, das fünktlich in response. Das fünktlich in response. Egal. Ähm. Oh, warte. Warte, 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 warte. Was machst du hier? Ja. Es ist der Prinz. Es hat gedroppt. Hm. True? Warum ist das eigentlich immer ein Wunderttisch? Hm. Hm. Ah, danke. Ritter der Tafelrunde. Sieht perfekt aus. Weiß nicht. Wieso nicht? Die Ritter des Ikea-Tischs? Hallo? Okay. Er wiederholt sich. Ich finde die Ritter des Ikea-Tischs eigentlich ganz okay. Da drüben steht auch ein Ikea-Tisch. 15 Euro? 20 Euro, ich weiß nicht mehr. Er müssten 20 gewesen sein. Weil der 10 Euro-Tisch hatte die Mittelablage nicht. Nee, der 15 Euro-Tisch hatte die Mittelablage nicht und der 10 Euro ist der ganz klein. So. Also Gravity-Tode zählen auch mit. Mal zum Gucken. 12. Jaja. Oh nein, dann muss ich ja wieder hier hochlaufen gleich. Ich mach schon mal auf 13. Du bist gestorben. Doch der Nexus hält dich fest. Jetzt bist du immer gefangen. Ohahaha. So, wieder hochlaufen. Guck mal, ich war dann so gut an der selben Stelle belebt, wenn ich gestorben bin. Du musst dran denken, dass ich diesmal nicht wieder runterspringen. Du bist noch nicht mal bei 2 Uhr. Ja, aber jedes Mal, wenn ich einen Boss lege, muss ich mich dann nachher umbringen. Weil ich Human werde. Oh wow, das ist bis dahinten hingelegt. Weil ich halt nicht in Human Form in den Welten sterben mag, weil noch ist meine World Tendency überall. Warte mal, die, der Turmkönigin sieht anders aus. Warte mal. Der Keilstand des habgierigen Königs. Der ist doch heller. Ist das perfect? Das sind doch nicht perfect white, ne? Die anderen sind normal. Graberkönig ist ein bisschen besser. Achso, weil, ähm, Oletaria hab ich zwei Bosse gemacht und den Katakomben hab ich einen Boss gemacht. Aber sie würde dunkler werden, wenn ich, ähm, in der Welt wieder sterben würde. Ich weiß zwar nicht, was das bringt und warum es das bringt, aber ich möchte es halt einfach nicht. Hm, da geht's ganz schön tief runter. Zum Glück haben wir diese magische Barriere hier. Äh, ach ja, Kallsteine. So, laufen wir erst mal hier weiter. Wir gehen der Reihe nach. Das ist ja schließlich die Welt 2. In 2, 2 kommen wir nicht weiter. Also machen wir, äh, in 1, 2 kommen wir nicht weiter. Also machen wir 2, 2 jetzt. Rup, 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 rup. Genau. Rup, 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 rup. Oh, Funkelchen ist wieder da. Gott, ich will Funkelchen haben. Wo ist es, hä? Oh, come on. ich bin instinkt gestorben ich hatte nur noch augen hat er hochgezählt und hat er mich hoch ist das habe ich nicht aufgepasst ich klicke erzählt doch alles gut jetzt ist funkel hier nämlich weg das wäre so viel bonus los gewesen ach ekelhaft wie holy shit ich bin einfach to it in dem gebiet es tut mir leid das tut mir so weh jetzt ist ja gut im vorbeilaufen gibt mir der eine mittel ich die half life ich mache das nicht absichtlich im gegenteil ich will ja nicht sterben scheiße schön iframes genutzt erst mal umdrehen na gut mal ein wunderschönen guten abend ich habe schon gesehen bei dir gab es darks als deine nach wie lief es wie weit seid ihr vom letzten eintrag der souls reihe zum ersten eintrag der souls reihe auch wenn es hier das remake ist ein wunderschönen guten abend hallo pecky 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 kann ich aus habt schon drei bosse verpasst aber ist nicht schlimm hier wird trotzdem gestorben wie man sieht ich bin gerade dreimal einem selben gegner hier gestorben quasi dem ersten wie lief's habt ihr was erreicht seid ihr durch was macht er gerade ich kann mich noch so halb an darksos 3 erinnern natürlich steht hier am sech einer ach natürlich so einer lass dich doch backstabben danke die letzten drei hp hat sich richtig gelohnt minister kühe was aber warte mal wir können doch eigentlich wieder auf physische schutzdinger gehen das war jetzt erstmal kein feuergegner mehr haben hoffe ich aber bis wann die und morgen mir doch guten morgen es ist knapp zwei augen der 1 1 wer sind sie prismar stein quasi reich hier hoch oder runter runter ich weiß nicht ob das gute sind habe ich hier hin will aber wir gucken einfach mal wo wir rauskommt und fahren wir wieder zurück ich habe das spiel vor hatten vorhin jemand der nachgeschaut hat und punkte hin vor viereinhalb jahren schon mal gespielt damals die ps3 version ich habe das meiste vergessen es gab so ein paar sachen wo ich mir vorhin dachte warum zum geier weiß ich das noch das hat sich gelohnt aber größtenteils habe ich keine ahnung mehr und ein witz direkt natürlich natürlich mary steht nach dem duschen im schlafzimmer und betrachtet stolz seine männlichkeit im spiegel da kommt seine frau herein du schätzchen nur vier zentimeter mehr und ich werde ein echter könig seine frau musste den kurzum sagt naja und vier zentimeter mit vier zentimeter weniger und du wärst die prinzessin die witze halt ne kann sein dass es hier weiter geht sind diese gegner nicht normal nur bei negativer world tendancy da rote haben wir nicht gesagt ich habe hier eine gute bin ich hier mal als human gestorben und habe es gar nicht mitbekommen die sollten nämlich eigentlich nicht da sein bin ich mal in human form an der panzerspinne gestorben das kann sein nach dem ritter ne oh nein da fällt man runter ich hätte gerade nur augen für dieses licht das da hin und her gegen wie viele seelen hatte ich lohnt sich das die zu holen wird die sonst einfach liegen lösen 19 des brokots und wurde niemals schwester mit der schwestern seines brot schlafen aber auch keine szenen machen wenn der brot sagt hey mann deine schwester sieht gut aus dieser brokot den könntest du heute nicht mehr rausbringen so wie der geschrieben ist natürlich wieder vier minuten zu spätten für die glänz na ja ja du hast mich nämlich schon mal getötet kommt man mit es macht eine deutsche bahn und du kommst zumindest irgendwann aber immer dann wenn man dich nicht mehr braucht ihr seid cool mit mir ne kann ich einfach durchlaufen und sagen lasst mich alle in frieden wer von euch will das jetzt ja scheiße ihr tut nämlich hart kommen vielleicht nicht dahin dort wo es tief runter geht ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch gleich nicht mehr ja ich wenn ich nämlich einmal drückt dass ich mich heilen will kann ich alles drücken was ich will der charakter hält sich dann dem ist dann alles egal der sagt hat es hat geheißen es wird geil dann wird geil was du spammst auf ausweichen du hast zuerst gesagt es wird geheilt also wird jetzt geheilt blöden explodierenden dinge blüm oh ja die habe ich vergessen komm jetzt gehe ich kriege backstab dass du die 20 tote noch schaffen willst nein ich mache das wirklich nicht mehr absicht ich weiß ja eh nicht wer auf was gewettet hat ich habe nicht reingeguckt welcher welcher wo und was war das sind hier eigentlich interessanter schach ja hier dringend kämpfe ist unglaublich widerlich man sieht zu wenig ach ja dreier kombo ja 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 1 tot tot hör mal was da kommt sound raus das merke ich ja jetzt erst hört ihr nicht das wird zu leise da kommt ein scheppern raus wie gewöll bin ich da wo ich eigentlich hin will ich bin hier ja hier ist gut naja macht es kein schaden ich habe eine stumpe waffe ja ist okay ich habe auf alle tode gesetzt das war wichtig ich bin hier doch nicht wichtig oh was ihr habt auch noch lava kacke ne unglichen aber das kriege ich nicht mehr diesmal verdammt ich will dauernd auf r1 rennen welches spiel hat mein kopf im kopf ernsthaft an welches spiel denkt mein kopf welche steuerung wir benutzen wird so gern wissen okay nenn da genau da unten will ich raus da ja 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 da ist noch ein gott gewesen ein drop was sieht er aus es müsste ich droppen hinzukommen das unter mir da kommen ich bin damit mein worte schaffst du jetzt 11 bis 20 tote gerade mal zwei uhr und wirst schon bei 17 da kommen wir sind schon seit fast fünf stunden in game war nicht so ein großteil streames haben wir schon hinter uns eben auch mehr mehr hp wir leveln jetzt einfach auf 100 milliarden mal werdet ihr da hinten halt nicht schaffen ne die zwei unglichen ist wieder da warum würde ich spawnen denn die manchmal habe ich aber die heavy attack gemacht fällt mir so ein seid ihr wieder da warum seid ihr überhaupt da ne moment da kommt schon einer einzeln klingt das doch nach einem plan der hat eine dicke keule der gute mann hä auf was hast du eingeschlagen was hat da gerade den schaden bekommen komm mal her du bist nackiger mit einer dicken keule und einem dicken schild die kamera macht mag nicht so wie ich das gerne hätte auch wenn ich mich wieder bewegen wenn ich doch mal langsamer wenn ich doch langsamer dann kann ich dich backstab auch kommen jetzt Hm. 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 wirst du mit dem schild noch weglassen müssen das wäre viel witziger gewesen als quote noch so einer zwei nackige mit dicker keule und schild ist die frau gerade eben bei der kerl und du bist die frau interessant das war ein pärchen und das ist aber mal wenig schaden für einen backstep naja besser den schild gar nicht hoch hast du denn dieses dicke ding wenn es nicht benutzt das sind keine spieler ich habe kein ps plus und daher kann ich nicht online spielen wenn der neun schlaf wunderbar dann gibt es dabei gewesen sein und nur um hier pvp oder invasions haben zu brennen werde ich ps plus nicht bezahlen sehe ich einfach überhaupt nicht ein ja dort läuft nämlich jetzt weg bevor ich überhaupt da sein kann nein aber alle anderen sind weg gelaufen ich habe eins ja okay aber selbst wenn alle anderen sind die hier nicht respawnen kann ich die hier das im farmen quasi weil einen habe ich getötet von denen das eine respawn jetzt nicht mehr aber die anderen können ja noch respawnen und daher eigentlich ziemlich 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 geil da ist nichts mehr da drüben wunderbar doch doch ja nette höhle hier kann man machen 2000 sälen haben die mir jeweils anderthalb gegeben oder jeweils tausend also wie hatte ich doch nicht schicken wir jetzt aber den wieder hoch wo bin ich vorhin gestorben und dann was jetzt wieder legit vergessen ich bin hier runter gefallen wegen diesen gemeinen lichtern die mich gebetet haben meine seelen lagen dann ich bin ich da noch mal gestorben danach ich bin doch extra gewollt wollte doch weg von dem ding blöd komme ich aber nicht durch wo muss ich denn hin ich werde hier schon wieder einen ackern ja nein wobei mein viertere schlag aber er ist die gleich was soll ich hier zwischen eltern und die menschlos nein das ist kein anfang eines witzes naja endring ist ein großes open world game und das hier ist im endeffekt wie du siehst sehr schlauchig und die verwendeten wörter ja lenz hat auch recht komm ich bitte daraus wo ich raus möchte ja genau hier möchte ich sein ich brauche eine andere waffe jetzt schließt echt beschissen mein lieber schwindel mh wow was we he kong pat mh go mh my gift to you just to show that we're friends scheiße wie waren das normale woze den charg gibt es ja genau diesen charg gibt es so ziemlich überall patches gibt es dark souls gibt sie den dachs 2 das weiß ich nicht in dachs 3 gibt es ihnen in bloodborne gibt es in den eldenring gibt es ihnen dieses verweis ist wirklich nicht musste ich auf seinen trick reinfallen damit ich dich als händler hier kommen die kann ich so wenigstens benutzen ich bin auch jetzt stumpf gut bitte nicht runter hüpft meine liebe ok patches wo ist er denn hin die alerts gehen immer wieder um es waren dir danke dass der herbst die versammt hast vielen dank dankeschön so ein herbst viel spaß mit den emotes war eine keule er ist so vertrauensselig wegen der flammen resistenz nachdem sagst du das er hat meine pokémon alles gesehen möchte ich hallo ja warum verkaufte mir noch nichts patches wo bist du noch kein händler wir machen die keule an schaden 75 wenig wenn du dax das siehst dann wirst du auch noch mehr fragen wo ist eigentlich der unterschied zwischen tags und demon souls im namen damit es eine andere ip ist damit funktioniert das geht überhaupt nicht ich mache keinen schaden an den dinge das problem an demon souls ist die ip auch wenn es von fromsoft ist gehört sony sony wollte die ip nicht rausrücken als fromsoft meinte hey wir würden eigentlich ganz gern demon souls auch auf xbox und pc und überall rausbringen hat sony gesagt nö wollen wir nicht dann hat fromsoft gesagt gut dann machen wir halt nicht demon souls 2 sondern dark souls 1 ey und demon souls basiert genau genommen auf der kingsfield reihe aber das würde viel zu lange geben das jetzt zu erklären was kann denn ring was habe ich denn überhaupt an den möchte ich nicht aber könnte man nicht vier ringe tragen oh ja das ist tens den gibst du mir jetzt wo die panzerspinne tot ist ja auch frech kings wand war im kingsfield also das königsfeld quasi aber stumpfe waffen haben wir jetzt auch nicht so viel schaden an dem ding gemacht muss ich sagen was geht mit jeder eigentlich ab machten er für eine party komme ich an euch vorbei ja komme ich das war nett komm ich an dir vorbei ne an dir komme ich nicht vorbei du machst nö 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 machst du nur so viel schaden oh dicker arsch ähm nee ja gut 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 ich will nur zum loot du bist 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 du